Marco Rohr. Das ist jetzt seine Schau. Und, und was für ein Tor! Tor! Und wie er den Ball genommen hat. Unglaublich, unglaublich, dieser Abschluss. Wahnsinn. Ach, das, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. Ja, hier könnte sich eine Schau. Damit hast du Sinn. Der Junge ist einfach auf Distanzschüsse abonniert. Also da wird er einfach für seinen Mut und vielleicht auch ein bisschen für seine Fre... Ein wunderschönes Zuspiel. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. So vor, abgedrückt. Und jetzt ist es soweit. Sie sind vorne. Das erste Tor in der Verlängerung, das geht auf die Moral des Gegners. Also hundertprozentig, Manni, das unterschreibe ich, das Ding hier könnte schon eine Vorentscheidung bedeuten. Also das ist schon unglaublich, wie er das Ding aus diesem Winkel reinmacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Da geht ein Traunen durchs Publikum, wenn er sich den Ball zum Freistoß zurecht. Für mich der Beste bei Standards in der Liga. Da ernst. Da steht bei Mein Buch CHer Państw. Du bist youick. Herr9-Jerals. VerstehenGI 3-Good. Und jetzt, bei eigens zu Hause zuieren. Herr9-Jerals. Vielen Dank.